Hallo ihr Lieben, ich habe heute für euch wieder ein neues Video und zwar ist das Arten von nervigen Menschen. Dieses Video ist ein bisschen anders als die anderen, denn ich habe es zusammen mit Freunden gedreht. Wir haben drei Sketche zu dem Thema für euch gedreht und ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, es hat echt gut geklappt. Und ja, ich hoffe, das Video ist für euch unterhaltsam und ich denke, wir fangen einfach an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Du bist toll? Ja, nein, in der Bibliothek. Nee, Bücher. Ja, das Studium und so, ne? Nee, mit der rede ich nicht mehr. Hä, weil die scheiße ist, ne? Neulich, ich sagte zu ihr, lass mich mal abschreiben, weil hier war halt scheiße langweilig so. Und hab ich halt Facebook gemacht, ne? Und Instagram und hallo, ich hab jetzt 250 Follower auf Twitter. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie, ne? Gucken, wo ich bleibe, so was für Seminar. Und sie sagt so nein. Sie sagt so, lernen selber. Was ist mit ihr? So eine... Nein, ich schwöre. Mitten im Seminar. Hä? Im Seminar, Junge, bist du taub? Ja. Nee, hat der ganze voll vergessen. Hä? Nee. Nee. Ja. Ja. Ja, bin halt nicht mehr, mit der ich bin halt. Was für... Ah, fick dich! Ja, ich muss sowieso Bücher lesen jetzt hier. Ja, weil ich schlau bin. Okay? Ja. Ich schwöre, der eine ist übelst rücksichtslos. Es schlägt grad übelstes Buch zu und wir sind in der Bibliothek. Ja. Na, ist gut. Hallo, Joga-Dabe. Guten Tag. Hallo. Bip. Haben Sie da den Rabatt berechnet? Da waren, glaube ich, 10 Cent Rabatt drauf. Oh, tut mir leid. Bip. Nee, das war aber ein bisschen weniger als da steht. Aber wenn wird das hier so angezeigt? Nee, das kann aber nicht sein. Da waren 10 Prozent Rabatt drauf. Ganz sicher. Aber ich kann ja echt nichts machen. Wenn die Kasse das so annimmt, dann wird der Preis so abgebucht. Da weiß ich aber jetzt gar nicht, ob ich so viel Geld dabei hab. Ja, wir können doch mal schauen, wie viel das alles kostet und dann schauen wir gleich noch. Ja, da muss... Okay. Aber warten Sie, dann lassen Sie mich noch eben nachgucken, ob ich noch genug Geld dabei habe. Lassen Sie mich erst Ihre Möhre noch wiegen. Und dann schauen, wie viel das überhaupt kostet. Bip. Können Sie mir die in eine Extratüte packen? Die ist so groß. Ja. Wie viel macht das? 3,59 bitte. Da muss ich jetzt erst mal schauen, wie viel... Wie viel ich hab... Lassen Sie mich mal gucken. Ja, schauen Sie mal. Ich glaub, so viel Geld habe ich nicht, dann... Nimm sie auch Karte? Ja, tun wir auch. Okay, wir... Mero muss... Mit dem Chip nach oben. So? Ja, so rum. So? Ah, so. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip an dieser Stelle nochmal Dankeschön sagen an alle, die geholfen haben, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das mit euch zu drehen. Es ist echt toll geworden. Ich bin total begeistert von dem Ergebnis und ich bin euch sehr, sehr dankbar für eure Unterstützung. Also vielen, vielen Dank. Dankeschön, Laura, natürlich für die Location und das war echt genial und ja, ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit dem Video und ja, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag und wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss! Outro